Ja, muuuu, Freunde! Wir sind hier stehen geblieben bei Kangama, welches uns fetten Mega-Heap gegeben hat. Aber kein Problem, wir haben Initiative gesenkt und können als erstes angreifen. Vielleicht wird es ein One-Hit. Schärfer. Angriff von Mad Dog steigt. Okay. Wir haben uns Gott sei Dank zwei Beleber gekauft. Alter, geil, er starrt zu Eis. Baaaa! Baaaa! Mad Dog, du hast drauf! Tach, geil! Komm schon noch einmal eine geile Attacke! Ja, Kangama hat immer noch eingefroren, hammergeil! Ohne Spaß! Hat's den eingefroren, ey? Ich glaub's nicht! Immer noch eingefroren, hammer! Immer nur rein! Boah, Schädel, wo mir jetzt bekommt das ab! Auch wenn du jetzt aufwachst! Aua, eingefroren! Vorbei mit dir! Baaaaaam! Und gekillt! Mad Dog rechnet 32. Ja, du hast versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nicht verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Und er hat Silph Scope da gelassen. Womit wir dann im Lavandia-Turm da durch können. So, das wäre jetzt erledigt hier im Hauptquartier. Und wir sind draußen. Bah! Okay, Heinzelmann ist tot. Todesblock tue ich mal nach vorne. Heinzelmann hat richtig gute Arbeit geleistet. Findet ihr nicht auch? Ohne Spaß. Der hat das Spaß verdient, Heinzelmann. Ohne Kack. Und mein schlechtes Ei gammelt immer noch da im PC rum. Billige. Okay. Was wollen wir tun? Wir müssen rein theoretisch gesehen. Ja, selber können wir nicht. Ja, wo sind wir? Ja, wir lassen einfach mal hier lang gehen. Ach ja, hier drin habe ich Heinzelmann gefangen. Hier drin im Gras. Da habe ich es gefangen. Nur mal so, dass ihr wisst. Ach, Flucht unmöglich. Hau ab, Flucht unmöglich. Ich bin fast doppelt so hoch wie du. Lass mich gehen. Danke. Ich mache mal, glaube ich, danach wieder Biss, so wie es vorher war. Ich habe es ja eigentlich nur für Granbull gekümmert. Ja, wir können uns einfach ohne Grund auch mal die Tee am 29 hier holen. Was Psychokinese ist. Ja, ja, die sprühe ich keinen mal alle. Die keinen mal alle. So, da wir Tee gegeben haben, können wir auch hier weiter. Ah, genau, jetzt können wir die ganzen Trainer hier aufsiegen. Cool, cool, cool. Da haben wir jetzt viele Ball-Prokemmen. Streber Dario. Also, das wird cool. Da kam ein Todesblock gegen Voltoball. Da kam schon Todesblock. Geheim-Prover. Und One-Hit-Knock-Out. Magne, Magne-Tido. Jetzt kommt bestimmt mit so einer geilen Kampf-Attack oder so. Ah, ne, wie. Ultraschall zieht genau 20 ab, genauso wie Drachelwut. Genau 40 abzieht. Ah, bin ich müde. Und One-Hit-Knock-Out. Und One-Hit-Knock-Out. Von Tränen, was ein geiles Ding das doch ist. Gekillt mit Tränen. Von Tränen. Das heißt, von Tränen gekillt. Also, er wurde von Tränen getötet. Heißt, hinter von Tränen muss noch getötet hin. Pitbull setzt von Tränen getötet ein. Wie ich auf Pitbull komme, keine Ahnung. Pitbull, ich muss Pitbull vergessen. Pitbull hat mein komplettes Team verraten. Leemsula. Die Schwäche der... Bip, Stärke der Elektrizität wird geschwächt. Aber da der Spaß sowieso nur Schallattacken einsetzt, die mir nichts abziehen, gebe ich dem jetzt mit Ultraschall da. Passt du davon, wenn du zu langsam bist. Los, Todesblock. Agilität. Auch nicht schlecht. Hey, yo, Bitch. Hey, yo, Bitch. Und nichts geschieht. Und kann ich eigentlich auch wieder zu dem machen, was es mal war. Warte, ich schreibe ich nur mal hier auf. Und... Bis... So... Aufgeschrieben. Ich hatte Idee gehabt als Let's Play-Idee mal, ähm, Dings, zu Rubin, da ja Rubin abgekackt ist, habe ich vorhin mir eine neue Rubin-Raum runtergeladen, aber die ging auch nicht. Die wurde irgendwie nicht unterstützt von Advanced Starter. Weshalb ich die Starter-Pokémon nicht ändern konnte, weil ich hatte vor, ähm, Dings, einen Baby-Run zu machen. Sprich mit den Baby-Pokémon Fluffalo, Pee, Magby, Elekid, Lucia und Rabauts. Würde dann ein bisschen an den Attacken rummodifizieren und so. Und dann halt einen Baby-Run mit starten, aber irgendwie ging das nicht zu Rubin. Deswegen geht das leider nicht. Intro habe ich schon gemacht, danach habe ich leider erst ausprobiert, ob das... Ob die ROM funktioniert, von daher... Geht nix. Lol, da... Hat der auch Metronom eingesetzt. Was ein geiles Arschloch, das ist ohne Spaß. Komm mal, Pussy. Komm mal, Pussy. Los, Quapuzzi. Alter, ein KP. Gut, Jock. Aquaknarre. Nix der Aquaknarre. Ich bin 10 Level über dir. Tu es, Maddog, weiblich, weiblich. Oh, ja, man, boost dich auf. Alter, wenn Maddog sich boostet, ich freue mich richtig anders als bei Shitbull. Oh, verwurzle auch noch. Oh, guck mal, Maddog macht sich unbesiegbar. Murder. Oh, Schwertanz. Oh, alter Schwede. Ja, leck mich am Arsch, ey. Tütütütütütütütütütütüt und Eisenabwehr Der hat jetzt jeden Wert außer Initiative bis jetzt geboostet und hat wieder komplette Leben toll. Was ein geiler Typ das doch ist. Und haut rein mit Intensität Was ein geiles Arschloch Matt Dog doch ist Das muss man in Zeitlupe nochmal abspielen ohne Spaß oh Todeslokfer und Bodyguard zu erlernen Das bringe ich ihm Pie Und Mochmecha hiebt auch wieder weg So, jetzt kriegen wir mal die ganzen Futs Eine Herausforderung von Biker Carsten, geil! Carsten, sei es ein Kumpel von mir Der Carsten, der bekommt es jetzt ab Der Carsten, hier ohne Spaß Dann zurück, Todesvlog Los, Maddog, weiblich, weiblich Jetzt haut Maddog rein Mit Sandsturm, yeah, in your face Ha, ha, ha Ever be there Frostbeule, was ein keiner Team kann Komm schon, jetzt haut der Reinmeerdorf Bam, gekillt. Schon mit der zweiten Frostboiler. Ohne Spaß. Jetzt noch ein Smog on. Killed auch mit der Frostboiler. Stimmt hier, die geht ja weiter. Komm, jetzt bekommt das Slimer von Carsten auch noch die letzte Frostboiler ab. Komm schon. Hit me, baby, one more time. Natürlich geht's daneben. Ey, das wäre ja jetzt geil, wenn's noch getroffen hätte. Warum kann Maddog eigentlich vergübtet werden? Der ist auch lila. Los, Metronom. Schnappa. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Und jau. Yeah. Nein, ich bin nicht die. Jetzt hole ich den King rein, hier ohne Spaß. Du schaffst es, Heinzelman. Geiler Typ. Einfach geil. Hat gemerkt, dass, ähm, Dings, Maddog weiblich, weiblich ein bisschen abbekommen hat. Erste, was der macht, sofort Nebelball. Aber sofort. Was ein geiler Typ, Heinzelman doch ist. Ohne Spaß. Ich freu mich schon wieder krass. Ich krieg ja hohen Du-Druck. Ich freu mich richtig krass. Über so'n Kack freu ich mich einfach. Das ist der Shit. Wir haben noch viereinhalb Minuten Zeit. Das langt locker, um noch ein, zwei, drei Trainer in den Sack zu kicken. Vielleicht auch von hinten in die Eier, wer weiß. Tut ja alles weh. Ist ja alles sehr effektiv. Eierbombe. Oh mein Gott. Oh, Camillo. Du heißt ja genauso wie der Arena-Leiter aus Höhen. Hey, das hab ich beim Subiris-Soloban auch gesagt. Alter, Frostboiler. Ihr seid doch hammergeile Leute. Ah, Metronom wurde blockiert, aber nicht Frostboiler. Ja, 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 ja. Hey. Hey, Apple. Hey. Hey, Apple. Hey. Hey, Apple. You look fruity. Ja, 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 ja. Hey. Hey, Apfel. Hey. Hey, Apfel. Hey, Apfel. Du siehst fruchtig aus. Ha, ha, ha. Ohne Spaß, ey. So, jetzt kennen wir noch die Kette hier. Und eins, zwei, drei, vier Teenage Mutant Ninja Turtles. Denn sie sind... Bum, bam, bam. Taub sie von Göre, Layla. Auch Layla oder Layla ausgesprochen. Komm schon hier, du Opfer, was willst du machen? Du Taub sie kannst nicht kacken. Komm schon her. Pikachu, was willst du machen? Deine Mutter schwitzt am Kacken. Sie heißt Troy und sammelt Steine und kann nicht richtig packen. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Du bist ne dumme Kuh. Wenn ich dich jetzt aus dem Weg geräumt hab, schreie ich juhu. Geht doch hier. Was los, nicht sehr effektiv. Ja, ja. Ja, 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 ja. Schnüffler, ah, go, kein Schnüffler. Geil. Hyper 2. Ja, ja, die Sprich kennen wir alle Wir kennen wir alle Finale Oh, 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 Finale Shish Los, Mad Dog, weiblich, weiblich Nidoran, was willst du machen? Deine Mutter schwitzt beim Kacken Sie heißt Troy und sammelt Steine Und kann nicht richtig packen Ich ramm dich mit einem Horn Ich bockte auf nicht dein Gebronn Weiter weiß ich leider überhaupt gar nicht Es geht Ja, ja, ja Alter, Schwede, bist du nicht normal? Sie schrie ich mich gerade nicht rüber, aber das ist nicht normal Donnerwille, ja, Mann, Mad Dog, weiblich, weiblich, du hast es drauf Mausi, du hast es auch drauf Ich bin selbst verletzt, ohne Shit Noch Dressflägel, ba-bam Ba-bam, ba-bam, ba-bam Ba-bam Schläge muss geben Okay Hab ein bisschen hier aufgeladen Komm her, Mausi ist so süß Nein Aufbereitung Ein verwendetes, verbrauchtes Getem kann nochmal neu benutzt werden Boah, Mausi, was willst du machen? Tun die Tastatur rein klackern Du machst Kratzer, ich mach Superschall Du wirst jetzt abkackern Demenzen sind hier verstreut Das hättest du bereut Ich mach Iceeap und ich töte dich, weil sowas mich freut Okay, das war's nochmal gleich für den Part hier Nach dem Fadenschuss mache ich Schluss So Wir machen dann im nächsten Part weiter Der erreicht dann Todesblock Level 34 Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, Leute Im nächsten Part und haut hier rein Ciao Ciao